Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Im letzten Video haben wir über die Grundausstattung für Architekten und Architekturstudenten im Bereich Zeichnen gesprochen und in diesem Video geht es um den Modellbau. Im Vergleich zum Zeichnen gibt es im Modellbau viel mehr Methoden, deshalb sind die Tools hier deutlich individueller. Manche arbeiten lieber mit Pappe, manche mit Holz oder Styrodur. Später wirst du auch viel mit dem Lasercutter oder dem 3D-Druck arbeiten. Ich zeige deshalb meine persönlichen Top-Tools, die ich damals im Studium zum Einstieg in den Modellbau genutzt habe. Falls du das erste Video noch nicht geschaut hast, dann ist es zusammen mit den Links zu den Artikeln in der Videobeschreibung verlinkt. Das absolut wichtigste Tool beim Modellbau ist die Schneidmatte. Egal ob man tatsächlich etwas schneidet oder auch nur etwas klebt, die Schneidmatte ist äußerst robust und schont den Tisch auf dem du arbeitest. Die meisten Schneidmatten sind selbst teilen, d.h. nach dem Schnitt schließt sich die Oberfläche. Zumindest in der Theorie. Äußerst praktisch ist außerdem das Hilfslinienraster, mit dem man auch schnell ein ungefähres Maß abtragen kann. Ich empfehle den Kauf von zwei Schneidmatten, einmal in A3 Größe für die Arbeit unterwegs und einmal ein großes Format von ca. A1 Größe. Der Preis liegt so zwischen 5 bis 40 Euro, je nach Größe. Als nächstes wichtiges Tool folgt direkt das Cuttermesser. Hier gibt es zwei Bauformen, einmal das handelsübliche Format aus dem Baumarkt und als zweites gibt es noch das Skalpell. Du solltest unbedingt schauen, welches besser in der Hand liegt. Grundsätzlich ist das Skalpell für kleinere, filigranere Schnitte ausgelegt und der Baumarkt Cutter R für gerade Schnitte durch dicke Pappe. Du solltest hier wirklich nicht sparen und im Zweifelsfall lieber zum teureren greifen. Im Studium wirst du unter Umständen Stunden oder sogar Tage an einem einzigen Modell sitzen. Preislich liegen beide Cutter zusammen so bei 10 bis 15 Euro. Für gerade Schnitte brauchst du noch ein Schneidlineal. Üblicherweise sind diese aus Metall und besitzen auf einer Seite eine Führungsschiene aus Stahl. Ich empfehle mindestens 40, eher 50 oder sogar 60 cm länger. Kostentechnisch liegen wir ungefähr so bei 15 bis 20 Euro. In den ersten Semestern wirst du das meiste per Hand mit Cuttermesser und Schneidlinealkatten und erst in den höheren Semestern wirst du dir einige CAD-Fertigkeiten aneignen und kannst dann anfangen auf Lasercutter und den 3D-Druck umzusteigen. Das Cuttermesser wirst du trotzdem auch weiterhin brauchen. Das vierte Tool ist ebenfalls ein Gerät zum Schneiden, nämlich die Schere. Es gibt keine besonderen Ansprüche, abgesehen davon, dass die Schere relativ stabil sein sollte, um auch mal dünne Pappe schneiden zu können. Ich habe damals ungefähr 4 bis 5 Euro bezahlt. Für den Modellbau braucht man natürlich auch noch Pappe. Arbeitsmodelle kann man in der Regel aus einfacher, billiger Wellpappe anfertigen. Dazu nimmst du am besten alte Kartons von deiner letzten Online-Bestellung. Außerdem gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Modelle aus Graupappe oder Finpappe zu bauen. Graupappe ist, wie man unschwer am Namen erkennt, grau und Finpappe hat einen leicht gelblich bzw. ockerfarbenen Stich. Grundsätzlich gibt es die Pappen in unterschiedlichen Stärken von 1 bis 3 Millimeter und auch in unterschiedlichen Größen. Handelsüblich sind 70 x 100 Zentimeter. Die Preise können ziemlich stark variieren. Beim Fachschaftsrat in der Uni bekommt man 1 Millimeter Finpappe schon gern mal für 1,50 Euro, wohingegen die Preise im Fachgeschäft auch schon mal deutlich über 2 Euro sein können. Im ersten Moment hört sich das wahrscheinlich lächerlich wenig an. Wenn man allerdings für ein Städtebaumodell 50 und mehr Pappen benötigt, können ein paar Cent schon einen großen Unterschied ausmachen. Bis hier haben wir die Tools zum Schneiden und auch die Pappe selbst. Schlussendlich brauchen wir noch Leim, um die Pappe miteinander zu verbinden. Hier kann ich ganz klar den Ponal Express Holzleim empfehlen. Kauf dir am besten direkt die größte Flasche, denn du wirst auf jeden Fall sehr viel brauchen. Die kleinen Flaschen sind zwar deutlich handlicher, allerdings verhältnismäßig pro Liter auch deutlich teurer. Der Preis für eine große Flasche liegt ungefähr bei 10 Euro. Alternativ kann man für Arbeitsmodelle auch einfaches Kreppern verwenden. Das Sahnehäubchen auf deinem Modell machen dann schlussendlich die Bäume und gegebenenfalls Modellmenschen aus. Bäume kann man aus verschiedenen Materialien herstellen, von Wattekügelchen über Schaumstoffkügelchen bis hin zu Seegras oder Kugeln aus Holz hat man hier eine große Bandbreite an Materialien zur Auswahl. Wie schon erwähnt ist der Modellbau deutlich zu individuell, um die Grundausstattung für jeden Bereich abzudecken, weswegen ich an dieser Stelle keine weiteren Tools mehr zur Grundausstattung zähle. Im Verlauf deines Studiums wirst du sicher auf viele weitere Möglichkeiten des Modellbaus stoßen. Vor allem das Schneiden von Pappen mithilfe eines Lasercutters und die Bearbeitung von Styrodur mit einem Heißdraht-Schneidgerät, umgangssprachlich auf einfach Styrocutter, wird einen großen Teil davon ausmachen. Aber auch der 3D-Gipsdruck oder 3D-Druck mit Kunststoffen wird dir im Laufe deiner Architektenausbildung begegnen. So traurig es auch ist, die Modelle landen oft im Müll oder verstauben irgendwo im Keller, weswegen es mir im Studium besonders wichtig war recycelbare Stoffe zu verwenden. Meine Modelle waren deshalb meistens ausschließlich aus Pappe und zum Beispiel ohne Folien als Fensterersatz und vollständig unlackiert. Als Gesamtkosten für die Grundausstattung Modellbau habe ich damals so zwischen 50 bis 70 Euro ausgegeben. Dazu kommen noch die Kosten für das Modell selbst, wobei diese ziemlich stark variieren können. Schlussendlich liegen wir pro Entwurf so zwischen 50 bis 150 Euro. Meine Modelle lagen im Schnitt so bei ungefähr 100 Euro. Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie viel dein teuerster Entwurf gekostet hat. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.